zwei, drei, vier Yes sir, we can boogie Bougie, boogie, boogie Yes sir, we can boogie Bougie, boogie, boogie Yes sir, we can boogie Boogie, boogie, boogie Yes sir, we can boogie Insel! Lozo geht U.S.E. campaign! Ich freu mich so. Mein Vater, der Luigi, hat mir gesagt, du musst die ganze Welt sehen. Jetzt fängt er mit seinem Vater an. Ach je, wir gehen auf Weltreise. Bitte, komm! Im Retzeltal treffen sich ja zwei Wetterregionen. Das ist richtig? Zwei Wetterregionen, und da kann's Masso-Masso sein. Masso-Masso? Kennst du die Maschine Masso? 74 gab's an einem 16. Juni. Waren's noch 35 Grad und abends hat's geschneid. Das war, weil die Wettelzone zusammenkommt. Wettelzone? 35 Grad und am Nachmittags hat's geschneid am Frühabend. Unser Lied, Shashi! Hats von Dive! Hats von Dive, yes. Yes, sir, I can boogie. Yes, sir, we can boogie. Boogie, 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 yes, sir. Sir, I can't boogie. Ach, ich muss mich jetzt mal strecken. Hab ich gut geschlafen. Shashi? Was ist es? Shashi, komm mal raus, du musst dir angucken. Was ist es? Bulgarien in seiner Pracht. Was ist es schön hier heute? Was ist es schön hier? Ah, Insel! Was hab ich schon gesagt in Bulgarien? Ist es eine schöne? Es ist eine schöne. Wir müssen mal ein bisschen genießen. Ich hab so gut geschlafen, Shashi. Es ist so niedlich aus meinem Schlafanzug. Eine bequeme Textur, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Der Bulgare, der hat's gut, guck dir die Natur an. Weißt du, was wir machen? Bissi Yoga, oder? Bissi Yoga? Weißt du, was ich meine? In die Knie-Yoga? Knie-Yoga? So ein bisschen runter und so. Und bis sie klopfen, der ganze Körper wird ein bisschen frisch. Weißt du, das ist mir zu viel. Aber mal so würde ich mal... Und hab ich Sprache zu viel? Nein, 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 nein. Du weißt ja, du weißt ja, der Luigi, mein Papa, was er immer gesagt hat. Luigi hat immer mein Papa gesagt, du musst nach Bulgarien. Das ist, äh... Shashi? Ja. Ich muss klar, dass mich das gerade ein Aufmachen stimuliert. Ist ein bisschen sexy, gell? Wollen wir noch mal reingehen? Ich würd sagen, wir gehen noch mal in die Wohnwagen, gell? Ja, wenn wir noch mal ein bisschen reisen. Was haben wir, CV12? Ja, CV12. Ja, du bist ja nicht gerne so. Haha. Hola, Mama. Mama. Hola, Sosi. Como estas hoy? Y como esta Ilse? Cuidaela bien. Du wolltest wissen, ist alles okay? Ja, pass auf, ist alles okay. Ich bin mit Ilse unterwegs in der Camping. Ja. Wir haben ja... Gute Wetter, schlechte Wetter. Weißt du, was ich meine? Aber in Frankfurt ist auch Scheißwetter im Keller. Weißt du, was soll ich sagen hier? Weißt du, was ich meine? Okay, es gibt ja keine Äppelwein hier. Das ist aber egal. Ich weiß, du trinkst gerne Äppelwein. Du bist die spanische Frau, Maria. Ja, und du hast immer gerne Äppelwein getrunken, wenn du bist in Frankfurt gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Os echo mucho de menos. A las dos. Y el Afelwein de Frankfurt. Ähm, pass auf. Die Ilse ruft dich morgen nochmal an, weil die wollte nochmal wissen, mit den kalten Rittern oder kalten Schmittern, wie die heißen. Mit dem Toastbrot. Weißt du, altes Brot? Machst du in die Pfanne? Machst du so Speck drauf? Oder keine Ahnung, Öl? Das ist eine gute Gerichte. Aber die ruft dich nochmal an und frage wegen der Gerichte. Okay? Ciao, Mama. Ciao. Ciao, mach's gut. Besitos desde Shevovia. Un besito. Ratzfatz am anderen Platz. Ja, das stimmt. Jetzt sind wir in Kolumbien. Kolumbien? Wir hätten das gedacht, dass es so schnell ist. Na ja, schnell ist übertrieben. Schnell ist übertrieben. Muss man jetzt mal die Kirche im Wagen lassen. Ich weiß, die Kirche muss man im Atlas lassen. Weil wir haben zwei Monate gebraucht bisher mit der Fähre. Ja, mit der Fähre. Aber warum? Erzähl den Leuten, warum? Weil wir eine billige Fähre genommen haben. Weil die ökologisch sind. Weil die nämlich, die heizen nämlich nicht mit Kohle oder mit Pellets. Mit Pellets. Mit Pellets. Mit Pellets. Pellets Fähre. Pellets Fähre. Zu jeder Uhrzeit kriegst du alles. Du gehst nachts aus dem Haus und kriegst Kokain, Heroin. Du kriegst Cannabis. Voltaren kriegst du auch. Voltaren kriegst du auch. Ja, wenn du hast hier so die Arm kaputt und so. Schmerzen in die Achselhöhle oder so. Du kriegst alles. Ja, das ist in Kolumbien. Kolumbien ist da alles. Ja, wir haben uns ja auch ein bisschen... Kolumbien ist alles. Kolumbien ist alles, als man es denkt. Ja, aber auch alles. Aber auch Mexiko ist schon alles. Mexiko ist schon alles, obwohl wir doch gar nicht da waren. Wir gehen davon aus, dass alles wird, wenn wir jemals hinkommen. Aber man kann sagen, Kolumbien ist jetzt anders als Köln. Ja. Oder als Darmstadt. Und was gut ist in Kolumbien, du findest Stellplätze für den Camping. Ja. Überall Stellplätze. Ja. Aber du kannst auch stehen. Das ist gut. Du musst nicht stellen. Du kannst nicht auch stehen bleiben. Längere Tage. Aber ist nicht stellen und stehen ungefähr so ähnlich? Das ist wie im Stadion. Stehplätze und Sitzplatz. Und Stellplatz. Aber was ist dann... Ein Stellplatz ist doch da nicht, wo du sitzt. Ein Stellplatz ist doch, wo du stehst. Das ist eine Eigenart von der kolumbianischen Mentalität. Aber ist auch, glaube ich, für die Leute nicht so wichtig. Weil wahrscheinlich, wenn sie geschlau sind, kommen sie nicht wie wir mit dem Wohnmobil, sondern kommen dann mit dem Flugzeug. Ganz kurz. Hörst du, wie das Meer rauscht? Ach, das Meer rauscht. Das ist so beruhigend für mich. Das gibt's nur hier so. Das ist nur hier so. Ich hab schon wieder Lust auf zu surfen. Weiß ich auch. Ist schon wieder... Ich bin ein alter Camp Surfer. Du bist ein Camp Surfer. Camp Surfer, ja. Und heute wieder eine neue Song aus dem Album von der Ilse Gorgonzola. Aus dem ganz neuen Album. Achtung, bitte schön. Achtung. Man glaubt es kaum. Man glaubt es kaum. Ich versteck mich heute hinterm Baum. Hallo. Ich bin's Ilse. Die neue Single, Man glaubt es kaum. Ich versteck mich hinterm Baum. Ilse. Das wird ein Hit, glaube ich mir. Das glaube ich auch. Du kennst ja meinen Papa, der Luigi. Der hätte gesagt, das wird ein Hit. Das wird ein Hit. Hast du schon mal so Flaschen aufgemacht, Joshi? Das mache ich ja unter... Ja. Warte mal, wo geht der? Hier geht der, oder? Hier geht der. Da musst du drehen. Ja, ja. Das berühmte letzte Wort. Da muss ich drehen. Achtung. Kann das sein, dass du schäumen, oder was? Weiß ich ja nicht. Ich weiß es nicht. Machst du, der Cock ist ja noch drin? Ja, der Cock ist noch drin. Das sehe ich auch. Das muss ich machen, glaube ich, bis ich stumpe, oder? Ja. Aber nicht mal richtig stumpe. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Mein Vater, der Luigi, der hat immer mit den beiden... Ich glaube, der muss erst mal, bis ich drehe, drehe. Oh! Wunderbar! Gut! Super! So, was machen wir jetzt? Weißt du, was wir heute machen? Nee, pass auf, wir machen erst mal... Jetzt machen wir einen Schnitt und dann fangen wir mal richtig schön die Sendung an. Ja? Also. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Tipps für den schnellen Hunger. Lassi. Und heute wollen wir mal ein Getränk für den schnellen Hunger quasi anbieten. Als Nachetische. Also, als Dessert. Ne? Und, ähm, so. Da brauchen wir ja wahrscheinlich ein Glas. Haben wir hier vielleicht... Ja, guck, ich habe hier ein Glas. Du musst... Das ist das Gute bei Camping. Ja, da oben ist ein Glas, ja. Da hast du ein Glas. Guck, machen wir zwei. Ja, genau. Was glaubst du, was ich dir heute biete, Ilse? Ich bin jetzt gespannt, aber ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass du gerne trinkst eine Säcke. Das stimmt. Ich weiß nicht, dass du gerne trinkst den Hafer von der Milch. Ja, vor allem mit dem Kaffee trinke ich die gerne. Ich trinke am liebsten einen schönen Lande Macchiato mit dem Hafer Milch. Und ich weiß nicht, dass du nackt die esse immer gerne hast eine Speise von danach. Eine Dessert. Weißt du, was ich meine? Ein Dessert. So kannst du auch sagen. Ein Dessert. Okay, jetzt mach ich dir eine ganz neue Attraktion. Pass auf. Okay, ich bin gespannt. Du nimmst eine Milch, ich muss sie zutrecken damit keine Reklame machen. Ja, egal, wir müssen nicht. Das kann eine x-beliebige sein. Ja, kann eine x-beliebige sein. Das kann sein die Milch von der Hafer. Ja. Keine Dinkel und keine Weizen, weißt du? Ja. Das kann die Milch von Hafer Lehmann sein, aber das muss ja niemand wissen. Niemand muss sagen, von wem die Milch ist. Nein. Keinen Namen sagen. Nein, nein, nein. Das müssen wir machen eine Werbung, weißt du, und dann hast du scheiße am Hals. Ich würde doch sagen, Gottes Wille würde ich doch nicht sagen, dass die Milch sind vom Hafer Lehmann. So, und jetzt, pass auf, jetzt nimmst du eine Flasche Sekt, gucke, und dann machst du. Achtung. Ach, guck mal an. Siehst du wieder Perle? Ja. Ich sehe es mit Perlen. Weißt du, was ich meine? Ich sehe es mit Perlen. Das ist ein Perleseck, weißt du? Ja. Haferseck, ja. Okay. Das ist eine große, ganz tolle Sache. Gut. Und war es das jetzt schon, oder? Das war fast schon. Ja. Du kannst es, wenn du willst, kannst du jetzt noch machen hier eine... Das sind aber... Das sind die... Das ist Hundefutter. Das ist nicht so gut. Das wäre jetzt vielleicht nicht so richtig. Das ist nicht so gut. Dann pass auf, dann mache ich anders. Passt dann. Wenn du willst, kannst du machen, weil das ist eine kleine Spezialität in die... In Galicien, weißt du? In Galicien. Machst du eine kleine Ingwer rein. Machst du eine Ingwer rein. Und bei dir machst du eine zweite rein. Weißt du? Die Frau hat immer zwei Ingwer. Ach, das ist ja süß. Und jetzt wünschst du dir eine gute... Wie sagen wir? Ja. Das lassen wir uns richtig machen. Jetzt geben wir uns mal richtig schön eine... Also... Es schmeckt ja... Es schmeckt ja... Es schmeckt richtig... Lecker. Alles. Es schmeckt lecker. Okay. Also gute Merke. Du nimmst die Milch von der Haffer. Du nimmst eine Sekte irgendwie aus der... Aus der... Aus der... Aus der Supermarkt. Und dann machst du eine... Eine... Eine Spitze von der Ingwer rein. Für die Frau machst du zwei rein. Und mach nicht über drei. So... Er muss nicht mehr... Boah! Weißt du, sie muss immer machen die... Ne, ist gut. Ist gut. Es ist nur erst mal gewöhnungsbedürftig. Ja. Siehste... Wie heißt das jetzt nochmal? Hafersekte. Hafersekte. Ah ja. Klar. Du kannst auch trinken, wenn du hast mit 15 Leuten eine Sekte. Kannst du das auch trinken. Ja, vor allem kannst du strecken dann, ne? Ja. Wenn du eine Sekte hast, weißt du? Ach so, wenn du eine Sekte hast. Eine Sekte kannst du trinken mit 15 Mann. Ach so, alles. Ach so, das war ein Wortspiel. Was ist ein Wortspiel? Ein Wortspiel ist, wenn man sagt, man trinkt Sekt in der Sekte zum Beispiel. Das ist auch von mir aus. Mir egal. Okay. Das war für die schnelle Nachttisch heute, ja? Für die schnelle... Hunger haben wir immer und das war die schnelle Nachttisch. Sehr lecker. Sehr lecker. Das schmecke. Ratzfatz ab an den Platz. Ratzfatz ab an den Platz. Und Ilse, was habe ich gesagt? Ihr Land. Na ja, also auf jeden Fall sind wir morgen mit dem Ed Schieren verabredet. Ja. Und ähm... Essen. Essen. Und nur trinken. Das weiß ich doch nicht. Er hat ins Eigeladen gesagt, er soll vorbeikommen und dann werden wir das sehen. Okay. Wärst du böse, wenn du morgen Abend vielleicht allein heimfährst? Und dann das vielleicht doch mal einfach da nochmal... Nein, kannst machen. Ja? Ich mach dann sauber. Ja, das wäre doch gut, dass du sauber machst. Ich mach die Camping komplett. Das muss ja mal sauber gemacht werden. Ja. Und dann muss ja gar nicht im Wäsch rumstehen, ne? Und wenn der Ed jetzt, sagen wir mal, sagt... Falls der Ed sagt, er hätte ein Bett für dich, dann ist das okay. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Weißt du, ich bin doch nicht von der Sucht, von der... Hab doch keine Sucht mit dem Eifer da. Mit dem Eifer. Du bist im Eifer nicht süchtig. Wahrscheinlich auch mit dir im Eifelturm nicht süchtig damals schon. Egal, oder? An der Story. Ja. Na ja. Auf jeden Fall, Irland. So schön. Also, was wir von der Welt sehen, gell. Ich muss sagen, wir machen wieder mal ein bisschen Meditation jetzt im Schluss. Ja. Ja. Mach' ich drauf. Ahn... Ah Yes, Sir. We can boogie. We can boogie. Yes, Sir. We can boogie. Yes, Sir. We can boogie. So. Wo geht's boogie hin? Ich weiß noch nicht. Wir müssen auch noch mal nach Australien drüber. Oh, unbedingt. Sag mal, wie ist es dann bei dir? Was macht die Fahrschule? Fahrschule? Das ist 15 Jahre her, Mutti. Wie viele Stunden hast du jetzt? Das waren damals 20. Das ist 15 Jahre her. Naja, das geht ja noch. Ich hatte ja damals 74 Stunden, bevor ich dann das erste Mal durch die Prüfung gefallen bin. Ja, das liegt ja nicht jedem. Und heute fahre ich wie Vettel mit dem Ding hier. Ja. Wie gsenkte Sau. Ja, ja. Und sag mal, was ist mit, ich will jetzt nicht da Männergeschichte, aber was ist mit dem Rolf Günther? Was ist mit dem? Was ist mit Rolf Günther? Seid ihr noch, oder? Rolf Günther Tim heißt der Mutti. Nee, der macht jetzt lieber was mit Katzen und mit Männern und heißt jetzt Sean Tal. Oh. Ah ja. Naja, Nashi, ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ich wollte nur mal kurz einfach mal wissen, wie es dir geht, gell? Aber es sieht gut aus, mein Schätzchen. Es sieht richtig gut aus. Schönen Gruß auch vom Shashi, gell? Danke, Mutti. Es sieht auch fast gut aus. Schönen Gruß auch vom Shashi, gell? Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Danke, Mutti. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.